Wenn jetzt, wir hören, auch Empfehlungen kommen könnten von der STIKO, dass, das hört man so, ist noch nicht bestätigt, dass Wustern schneller sein, schon nach drei Monaten, wird sich der Impfdruck nochmal deutlich erhöhen. Und wie viele Jahre werden das sein? Das weiß man nicht genau. Sie lesen so viel, Sie müssen doch wissen, zwei Jahre, fünf Jahre, zehn Jahre, 50 Jahre. Nein, das weiß man nicht. Wustern. 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 Wustern.